es ist wieder mal mittwoch und willkommen zum pokémon tactical guide in zwei tagen kommt pokémon alpha saphir und omega rubin raus aber meiner einer hat jetzt schon ja es ist echt nicht schlecht also so viel kann ich euch schon mal sagen da sind viele neuheiten drin die grafik hat sich stark verbessert macht auf jeden fall ordentlich laune ich habe mir schon mal ein perfektes team zusammengestellt und eins davon stelle ich euch heute vor es wird sein zumpex der allrounder ja zumpex was soll ich zu ihm sagen er war früher schon recht cooles pokémon finde ich und eins meiner lieblings starter pokémon sogar aber seine mega form hat mich echt beeindruckt weil er einfach sehr konstante und immens hohe werte hat außer jetzt im speed den können wir relativ außen vor lassen finde ich hat er doch sehr sehr beeindruckende werte man schaue sich an er hat wenn ich ihm 110 hp gebe so habe ich mir zumindest vorgestellt 368 hp das ist schon eine ganze menge außerdem bei 138 angriffswert hat er einen angriffswert von 370 den man mit einem positiven wesen sogar noch pushen kann er hat eine defense wenn ich ihm 130 gebe von 316 das habe ich auch bewusst auf die normale defense gemacht weil auf die spezial verteidigung brauchen eigentlich nichts geben weil theoretisch wenn er seine einzigen schwächen donner und also elektro und pflanze daher aber sowieso boden ist ist er immun gegen elektro das heißt eine einzige schwäche bleibt pflanze die meisten pflanzen pokémon sind spezial angreifer das heißt nein unsinn wir geben ihnen plus auf seine spezial verteidigung weil dann wird er da vielleicht noch mal ein bisschen mehr brauchen das habe ich natürlich von der spezial angriff weggenommen das heißt er ist ein vorsichtiger typ ich glaube es heißt vorsichtig in deutsch auf speed gebe ich eher weniger ihr könnt ihr natürlich auch einen positiven typ auf speed geben aber das macht nicht so viel aus ich habe ihn auch bewusst kein speed gegeben durch seine fähigkeit wassertempo bekommt er ja dann genug deswegen lasse ich das mal einfach außen vor zu sein zu sein sagt man schnell angriffen natürlich sollte er da ein physischen angreifer ist und auch noch vom bodentyp erdbeben nutzen erdbeben ist immer gut gegen elektro pokémon gegen feuer pokémon gegen was haben wir noch was haben wir noch gegen auf jeden fall ganz schön viel außerdem ist es eine step attacke das heißt da gibt es auch mal einen angriffsbonus avalanche heißt deutsch lawine ist seine physische eisattacke hat glaube ich eine grundstärke von 80 kann natürlich das ganze auch noch einfrieren ist gut gegen seinen gegen seine einzige vierfach schwäche übrigens pflanze damit könnt ihr da da auch noch einheizen außerdem habt ihr eine gute coverage gegen drachen also auch drachen könnt ihr damit einheizen einheizen außerdem natürlich nicht zu vergessen eine wasserattacke kaskade kaskade lässt natürlich den gegner auch noch zurückschrecken ihr habt 80 grund base atk glaube ich ihr könnt damit feuer pokémon nutzen ihr könnt damit boden und felsen pokémon nutzen also ihr habt eine gute abdeckung an typen mit dem pokémon jetzt habe ich mir noch was besonders ausgedacht weil wir haben ja typ pflanze der einzige der ihn schaden kann das heißt was wird der gegner wohl versuchen ein pflanzen pokémon gegen einen zu wechseln irgendeinen super angriff zu machen viel bleibt ihr nicht übrig entweder hat er ein gewaldro was wahrscheinlich physisch ausgelegt sein wird aber sinniger wäre weil seine werte da höher sind spezial sonst habt ihr natürlich noch was kommt häufig vor bisaflor wird häufig eingesetzt ihr habt wahrscheinlich auch eine kombination von glurak mit solarstrahl könnte häufig kommen was habe ich noch häufig gesehen jetzt muss ich mir gerade selber überlegen ja das waren eigentlich so die häufigsten pflanzen pokémon die mir jetzt spontan einfallen würden aber selbst wenn es noch mal andere sind also meistens sind die spezial angriffstechnisch ausgelegt deswegen habe ich ein spiegel cape gegeben das heißt wenn der gegner kommt und denkt hö 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 ich hau den jetzt mit einer attacke weg mit rasierblatt oder was weiß ich dann könnt ihr den mal ordentlich natzen indem ihr einfach mal spiegel äh 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 spiegel cape einsetzt und dann kriegt der gegner sein arsch voll das heißt hier haben wir eine gute coverage und könnten den gegner auch noch mal extremst natzen sollte irgendwas anderes kommen wo ihr sagt hey das könnte mir jetzt in dem moment schaden weil es können ja immer noch irgendwie mhm 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 was haben wir denn da noch äh porygon z kommt schon mal gern aufgeboostet mit einem hyperstrahl auch das könnt ihr dann zurückschicken also ich glaube spiegel cape hier einzusetzen wäre gar keine dumme idee früher hat man diesen slot für fluch benutzt weil da ja keinen speed bonus hat war das ja auch relativ unnütze hier irgendwie was auf speed zu legen weil er kommt glaube ich auf einen gesamtspeed von 250 selbst mit positiven wesen können wir mal eben testen selbst wenn ich hier das drauf gebe und noch ein plus und dann kommt er auf 250 ist relativ lächerlich brauchen wir eigentlich da nicht wirklich viel machen deswegen lasse ich das auch einfach hier ähm deswegen mit spiegel cape seite glaube ich gut abgesichert ihr habt mit den anderen attacken gute typenabsicherung und äh ja über das item brauchen wir nicht reden ist klar sumpex need was auch sonst ähm ja damit ihr nochmal den typ seht ich gibt es hier nochmal ein es war vorsichtig glaube ich und ja damit hätten wir es eigentlich schon beim nächsten mal nehme ich vielleicht den gewaldro mal gucken weiß noch nicht genau ihr könnt mir auch mal bitte reinschreiben also ihr dürft natürlich wie immer an der verlosung teilnehmen ihr könnt mir auch mal reinschreiben ob ihr lieber ein level 5 hydropie mit perfekten werten und alles haben wollt dann habe ich aber nicht komplett alle attacken drin weil er die nicht sofort alle erlernen kann oder ob ihr lieber ein sumpex level 100 haben wollt das bleibt euch überlassen ich habe beides wie ihr wünscht und dann sehen wir uns beim nächsten mal das hatte ich ja noch fast vergessen ähm wir müssen ja noch den sieger des zweiten dittos auslosen leider waren diesmal nicht ganz so viele bei der verlosung dabei finde ich echt schade ich hoffe ähm ihr tut euer bestes und verbreitet die nachricht nochmal dass hier einer nicht nur die sets zeigt sondern auch noch ein pokemon verlost ich finde das nämlich sehr sehr schade ich kann es natürlich nachvollziehen dass äh ihr natürlich möglichst wenig bei der verlosung bei haben wollt um halt selber die größere chancen haben zu gewinnen aber je mehr dabei sind desto mehr leute gucken überhaupt mal auf meinen kanal und desto öfters kann ich vielleicht auch die videos machen weil wenn am ende nur zwei drei leute teilnehmen dann ist das für mich relativ langweilig weil dann kann ich euch auch gleich die pokémon schenken ähm ich fände es auf jeden fall cooler wenn die auslosung ein bisschen spannender wäre und wenn ihr das ganze mal auf facebook oder sonst was verbreitet ich habe übrigens auch eine facebook seite falls ihr mal drauf gucken wollt link in der beschreibung wie immer ähm jetzt wünsche ich den gewinner ganz ganz viel glück und schauen wir mal wer gewonnen hat the friend scene du kannst dir dein ditto bei mir abholen einfach melden einfach mich anschreiben wie auch immer und wie gesagt ich fände es ganz schön wenn ihr mal halt die ganzen ja sachen hier teilt und auch mal die sets äh anderen vielleicht teilt und zeigt ja bis zum nächsten mal